Musik Auf Ihrem Stand sehe ich jetzt kein klassisches Spielzeug, sondern mehr Equipment für Kinder. Das ist richtig. Willkommen bei Lessig, eine Firma, die seit 10 Jahren wunderschöne Taschen und Produkte erstellt für junge Familien, die innovativ sind. Von der Wickeltasche, die Funktionalitäten, Design zeigt, bis zum Schulranden wie dieses in den neuen Farbtönen Peach oder in Schwarz. Die Besonderheit bei dem Produkt ist, dass es Licht aufnimmt, sodass es im Dunkeln das Licht wiedergibt und das Kind auf der Straße erkennbar ist und gut zu sehen ist. Also das wird dann hell? Es wird hell. An der Stelle, wo die kleinen Spookies sehen, die Kollektion heißt Spooky, für das kleine Geist, wird dann das Licht wiedergegeben und somit das Kind gesehen. Was kann der? Zeigen Sie dem ja. Die Tasche der Schulranzen ist ausgestattet mit einem kleinen Sportbeutel. Ich gebe ihn mal auf. Oh, merci, genau. Man macht ihn auf mit einem Drehschluss. Sie haben ein Schlampermäppchen, ein Brustbeutel und eine kleine Mappe für die Stifte. Alles ist schön ausgestattet, auch mit bunten Stiften, damit das Kind wunderbar in der Schule was Schönes zaubern kann. Das sind Farbtöne, also in Lachs oder in Peach für Mädchen und in Schwarz, im dunklen Bereich, kann ich Ihnen auch gern zeigen, sieht es dann so aus. Okay. Was muss ich jetzt als Eltern ausgeben für so einen schicken Rucksack? So ausgestattet, wie es ist, kostet es 200 Euro und das ist ein guter Preis für sehr schön viel Funktionalität, auch in Bezug auf die Bindung an den Schultern, schön gepolstert und ein schöner Griff und ganz tolles Design, was die Kinder begeistert. Wie sehe ich hier als die zentralen Maskottchen einen Geist und einen Esel, so hinterlässig? Also lässig ist ein Gedanke auch. Die Firma liebt Tiere und liebt Menschen und engagiert sich für die Umwelt und sowohl für Tiere. Wir geben sehr viele Spenden für unterschiedliche Organisationen, an die wir glauben. Und alles fängt ein bisschen von unserer Begeisterung für diese Tiere, die wir darum, das Reh, weil das Reh ist ein Tier, das schützt, schützt, weckt in uns. Und das Reh steht da ganz lässig. Und auf meine Art da zu sein, will ich zeigen, hey Welt, ich bin da für dich und ich möchte mit dir auch spielen. Und das sind meine Produkte. Nimm mich wahr, es wird sich lohnen. Sehr schönes Motto, sehr schöner Gedanke, viel Glück. Merci und leben Sie lässig.